Hallo und guten Tag, ich wollte mal kurz darauf hinweisen, Pop-Up Galerie Ettling, 25.03. am Samstag in der Reihe von Trink Meets Semmelrocke, wird Martin Semmelrocke morgens am Vormittag zu einer Autogrammstunde zu einem gemeinsamen Bild in der Pop-Up Galerie Ettling sein. Hallo und guten Tag, Trink Meets Semmelrocke, die Veranstaltungsreihe von mir, jeden Monat woanders, 23.03. im Weinpamio Bundelsheim, am 24.03. auf der Kleinkunstbühne im Blankenloch und am 25.03. im Zollhaus Auerbach. Einen jeweils Martin Semmelrocke, meine Person und Marco Augusto, ein top italienischer Singer-Songwriter, der zuletzt auf Platz 53 in den italienischen Charts war. Besser wie ein Mac oder ein Eros Ramantoppi und das ist nicht übertrieben. Also es lohnt sich nicht nur wegen Martin zu toppen oder mit mir natürlich, sondern auch wirklich wegen Marco, für den muss ich nur in der Lanze brechen. Danke.